Konnichiwa, Bitches! Bulli, die Ehrenrunde! Ja, jetzt war hier gerade irgendwie so ein Auftrag, den ich machen wollte und jetzt ist er wieder weg. Was ich jetzt aber erstmal mache, kurz, weil das Buch gerade da oben liegt, ist kurz speichern, falls irgendwas schief geht. Ne? So, zack. Daten werden gespeichert. Immer noch 5%. Hier gibt's einiges zu tun, Leute. Einiges. Ich weiß nicht, der wievielte Part das jetzt ist, weil ich nicht nachgucke. Ich sitze halt einfach hier und drücke Knöpfe. Wenn ich keine Lust mehr habe zum Knöpfe drücken, dann gucke ich halt nach, was sich alles ergeben hat. Was dabei rausgekommen ist beim Knöpfe drücken. Ja, ist ja okay, Mann. Die geht mir auf den Pist. Warte mal, warte mal, warte mal. Da sind Grabsteine. Waren die da vorher schon oder ist gerade Halloween? Ah! Alter, lass mich doch. Was, was, was? Ah, okay. Warum leuchtet mein Handy? Mach mal aus. Mach mal aus. Was? Was? Ja, gut. Mach mal aus. Was? Was? IEM? Was? Was? Du weißt, was es für eine Torture ist, um zu denken, alle Zeit zu denken? Nein, natürlich. Du weißt nicht. Ja, du bist kursiert. Du bist großartig. Alles klar. Was ist noch passiert? Nicht viel. Lass mich mal sehen. Es ist Halloween. All die Prefekte sind in ein paar Party, und die Kinder sind... ...entertainen. Ich benutze das Wort loosely. Die Kinder. Nein, ich würde sagen, die Möglichkeiten für Spaß sind... ... ziemlich nil. Was hast du in der Hand? Lass mich in Ruhe. Euch ist klar, dass unser Kumpel hier eine SS-Uniform trägt. Das ist schon... ...schon gut. Ähm... Wobei man ja echt sagen muss, dass die die stilvollsten... ...woah... ...woah... ...uniformen. Den Trittmich-Zettel. Ups. Ich wollte den Zettel benutzen, verdammt. Wo ist denn der? Jetzt hab ich den gar nicht mehr. Mann. Ich hab den Trittmich-Zettel nicht mehr. Achso, besorge noch einen Trittmich-Zettel. Ja, bei ihm hier, ne? Gib mir... Achso, ne. Hä? Warum seht ihr denn noch gleich aus? Hallo. Hallo. So. Gut. Wir haben ja noch mehr zu tun hier. Und irgendwie alles... ...hier drüben. Oha. Hallo. Eier werfen. Das kriegen wir doch hin. Patsch. Patsch. Wow. Und den auch. Oh. Hallo. Why are you touching me? Why are you touching me? Äh... Kommt man hier drüber? Find ich da so... Yes. Perfekt. So. Was hast du im Angebot? Zünde neben Schülern einen Vulkan 4000. Wie mach ich das? Hab ich den jetzt in der Hand? Und? Neben Schülern. Hier sind aber nirgendwo. Hier sind Schüler. Oh. Shit. Das... ...meinte ich jetzt eigentlich gar nicht. Wo ist denn dieser... ...Superknaller? Hab ich den aus der Hand gelegt direkt? Ja. Nimm das. Oh. Einigen Schülern. Ja, die hab ich jetzt hier alle... ...ausgenockt schon. Das... ...wollte ich eigentlich gar nicht. So. Oh. Cool. Okay, noch zwei Streiche. Was ist denn das da hinten? Da hinten ist der... Ja, Stinkbomben. Kann man die so schmeißen? Ja, awesome. Ah! Stinkmumie! So, und du? Einen mit Murmeln? Ja, ja, ich mach das schon. Hallo? So. Dann mach ich's halt nicht. Dann geh ich jetzt halt dahinter. Und gucke, was da für ein Streich auf mich wartet. Den wir machen können. Was ist denn das Harrington-Haus? Es ist nichts groß. Es ist ziemlich simpel. Juckpulver. Das ist cool. Hast du welches? Awesome. Schmeißt man das auch wieder? Ahaha. Die juckt's jetzt alle. Schön. Okay. Okay. Haben wir's dann geschafft. Was kommt denn jetzt? Der große Streich. Natürlich, nach fünf Kleinen muss ein großer folgen. Hier ist das Problem. Wir fühlen Chads Dog mit diesem ranzigen Fleisch. Warten, um ihn zu holen. Und dann... Was zur Hölle? Ich bin raus. Alles klar, Pete. Okay, lass uns das machen, Jim. Ich werde das alles später erklären. Geh über hier, ihr kleine Mutter. Hey! Was machst du mit Jessica? Ah! Ah! Quats! Oh! Oh Mann! Das ist echt eklig! Hahahaha! Ah! Alter, Beutelscheiße! Ernsthaft! Alter, wenn du dich damit jetzt auf die Fresse legst, ne? So, und wo genau bringen wir das hin? Ich kann damit wahrscheinlich jetzt nicht auf... Oh, damit jetzt auf ein Skateboard fahren, wenn du dich damit hinlegst, ey. Dann ziehst du noch so eine richtige Bremsspur. Was? Wo sind wir das Worte? Bah! Okay. Das ist echt widerlich. Sowas macht man nicht. Ich habe einmal sowas in der Art gemacht. Da hatten wir irgendwie so ein Wasser-Battle mit den Kindern auf der Straße aus der Gegend, so. Und dann habe ich in meine Super-Soaker... Ach nee! Auch noch. Ach, löse Feueralarm. Wo kann ich den Feueralarm auslösen? Wo denn? Oh Gott! Naja, jedenfalls habe ich sowas in der Art ein einziges Mal gemacht. Da gab es so ein Wasser-Battle im Sommer mit den Kindern aus der Gegend. Hululu! Was denn, was denn? Und dann habe ich in meine Super-Soaker gepinkelt. Dann habe ich die mit Pippi bespricht. Weil die mich geärgert haben vorher. Die waren nicht nett. Ja? Das war voll verdient. Ich würde mich nur mal rächen. Ja, ich bin da auch nicht stolz drauf, aber... Man kann es ja mal erzählen, ne? Wenn man schon beim Thema ist. Meine Güte, muss ich den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen jetzt? Da habe ich vielleicht voll keinen Bock drauf. Ja, ja. Ja, ja. Du schnappst dir den. Ich gebe dem aufs Maul. Hallo? Hallo? Ja. Ja, ja, ja. Ein Beutel Scheiße. Diesmal nicht vergessen, den blöden Feueralarm auszulösen. Ich kriege das schon noch hin. Kann ja so schwer nicht sein. Okay. Man merkt, ich habe nicht so viele Streiche gespielt, als ich in der Schule war. Kommt man hier denn nach innen? Das würde nämlich viel schneller gehen und das fände ich total super. Ist auch voll schön, dass kein einziger Präfekt unterwegs ist. Wahnsinn. Schau mal, so schnell kann es gehen. Hä? Hä? Ach ne, wir sollen ja unten. Unten hin. Unten. Mann Trollin. Ich bin heute einfach nicht so hell. So, ablegen. Feueralarm habe ich schon gesehen. Der ist hier. So. Ah. Gut, fertig. Was ist denn das Ding mit dir? Ach, was passiert jetzt? Oh, die Scheiße. Tja. Oh, das Red Ninja Kostüm. Super. Oh, oh. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich bin jetzt schon weg. So, es ist schon spät In einer Stunde ist Sperrstunde Was macht ihr denn da? Okay Ich würde voll gerne diese Halloween-Nacht noch ein bisschen auskosten eigentlich Und mir ein paar Kostüme angucken Eigentlich Renn doch nicht weg So, warte mal Hier, da waren auch noch lustige Menschen Die haben alle keine Kostüme mehr an Toll, es passiert auch nichts Lustiges mehr Eigentlich halt doch schlafen Mann So ein Scheiß Huch Ich weiß Warte mal Du hast eine Eishockey-Mann Was ist denn? Das ist doch voll eklig hier mit den Rattenmannen Bei den Mädchen sieht es viel besser aus Du hast eine komische Frisur Bla bla Moment Sind wir morgen wieder genauso angezogen? Kommt ziehen wir uns doch mal im Pyjama an Oder wir gucken uns mal dieses Ninja-Out Awesome Das ist unser neuer Pyjama Ups Ich sagte Das ist unser neuer Pyjama Ja, darin gehen wir jetzt pennen Ring-a-Ding-Ding So, aber Ich will natürlich keinen Stress haben Mit Präfekten und so weiter Deswegen Schuluniform Äh Jeans Käppi So Okay, wir haben viel zu viele Aufgaben Ich Weiß nicht Ich fange einfach mal mit Hilf Gary an Okay Okay There you are Come on I found something incredible Hold on Relax, man I can't keep getting in trouble I can't get expelled again It's always about me with you Me 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 I'm thinking Bigger picture And you're worrying about getting into trouble You know what? You really are something! What bigger picture? I'm, uh, we are gonna take over this school! We are not taking over anything right now! Time and tide wait for no man, my friend. But it seems they do wait for a wannabe tough guy who's nothing but a little girl! You're full of it! So you keep telling me. Look, now come on, I promise you, after this, things are never gonna be the same again. Oh, I'm so excited! I should have stopped taking those pills ages ago. Yeah, right. Whatever you say, Gary. He's got too much Ritalin. Our ADS-Patient. That feeling I don't know. Good, quickly, quickly, quickly. We don't have so much time for the task, but I'd just like to go ahead and do it. Duh, 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 duh. Okay. Where do you want to go again? Hey idiots! Jimmy's gonna kick your ass! Ah, yeah, of course! Come here! Come on, see! 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 Ah! Come on, see! Come on, see! Come on, see! Come on, see! Feige! Eine Fresse, man! Is Gary okay? Ja, Gary kommt klar. Huch! Im Keller! Ach, die brauche ich gar nicht. Ich habe gar nichts verloren. Das lief natürlich toll für mich, ne? Na gut! Ich dachte, wir dürfen hier gar nicht rein. Was machen wir denn hier? Warte mal, kann ich hier... Oh, guck mal! Mann, ich muss hier Sachen kaputt machen. Da ist vielleicht was drin. Irgendwas cooles. Ja! Ups! Ist ja gut, Mensch! Ja, schon unterwegs. Ja, dann... Wie machen wir den auf? Oh, Moment! Ganz easy! Erstmal hier alles kaputt machen. Okay. Lass mich raten, ich werde das brauchen. Ja, Mensch! Ups! Hallo! Darüber! Ich habe Schule! Hä? Hiermit vielleicht... Wie wäre es? Easy! Bla, 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 bla! Ja! Kannst du dich die... Oh, okay. Ach, ich kann auch kriechen. Ist ja schön, dass ich das jetzt schon weiß. Schnell! Ja, ich habe Unterricht! Mann! Kommi! Mann! Es ist... Es ist nicht leicht mit dir. Es ist nicht leicht mit dir, Gary. Huh? Ja, und jetzt? Ein Weg durch den Keller. Das habe ich doch getan. Oh! Cool! Hä? Okay, ich muss irgendwie den Dampf ausstellen. Vielleicht mit... Keine Ahnung. Vielleicht von dem Ofen. Habe ich es geschafft? Ah! Ja, ja! Ich bin hier gleich in der Nähe von meinem... Toll! Kannst du uns auch fallen lassen wieder? Ja! Um Himmels Willen! Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ich bin hier im Chat. Ich bin hier nicht mit mir. Ich bin hierhergelekt. Ich bin hierhergelekt. Ich bin hierhergelekt. Nur ein von uns wird es machen. Und es wird mir sein. Ich bin hierher! Uh. Oh Mann! Oh Mann! Ich hab doch Unterricht. Du kannst nix. Fuck! Okay, doch, man kann ihn nicht greifen. Wow! Au! Holy shit! Okay, jetzt kenn ich nix mehr. Fuck, fuck! Kann ich dich jetzt greifen? Ne, kann ich nicht. Huch! Oh oh! Nein, nein! Au, au, au! Ah! Hanke, ich kann ihn immer noch nicht greifen. Das ist natürlich schlecht. Autsch! Nein! Nein! Keine Gnade! Overkill! Oh! Oh! Ja, kein Witz, ich hab bestimmt den Unterricht verpasst. Oh! 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 Das ist ja schon ein bisschen süß. Oh! 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 Wow! Oh... Oh! 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 Okay, der Part ist vorbei. Tut mir leid, ist schon wieder so weit, ne? Aber es werden längere Parts als sonst so für gewöhnlich. Ich habe gerade, ich weiß nicht, man hört es wahrscheinlich nicht, aber mein Magen fängt jetzt in diesem Moment an mega zu knurren, deswegen werde ich jetzt ein bisschen etwas zu essen machen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Bulli, die Ehrenrunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Daumen und so weiter und Kommentare, hörpa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Bis dann, wir sehen!